Kapitel 80 Junggesellenabschied Teil 2 Blaze lächelte seinem besten Freund breit an und irgendetwas sagte Draco, dass er jetzt etwas geplant hatte, denn er kannte dieses Grinsen von ihm. Draco bat ihn erst einmal ins Haus, wo Blaze Harry begrüßte. Hey Harry, wie geht's? Gut, danke Blaze, und dir? gab der Schwarzhaarige zurück. Super, wir lassen uns heute richtig krachen, sagte er und legte seinen Arm um Draco. Was hast du vor? hakte der Blonde skeptisch nach. Lass dich überraschen, antwortete er und grinste ihn an. Blaze hatte elf in Weihnachten am Tisch stehen und schnackte sich ein Glas und reißte Draco und Harry eins. Er prustete seinem Freund zu. Ha, auf deine Freiheit! Draco atmete leicht aus, lächelte und prustete zurück. Die vier saßen am Tisch, als Ginny ein Fotoalbum herauskramte. Dieses legte sie auf den Tisch und erfüllte es. Hermine erkannte gleich, um welches es sich handelte. Es war jenes Album, was sie damals in Hogwarts erstellt hatten, um an die schönen Dinge erinnert zu werden. Sie blätterte durch das Album und schwelgten in Erinnerungen. Sie lachten über viele der Bilder von damals. Auf einem dieser Bilder, die sie fanden, war sogar Draco im Hintergrund zu sehen. Ginny lachte auf. Schau mal, wer da ist! Hermine sah genauer hin und lächelte, als sie den jungen Draco sah. Sie konnte noch immer nicht glauben, dass dieser gutaussehende Mann zu ihr gehörte. Luna sah auch auf das Bild und fand es immer noch merkwürdig, dass Hermine mit ihm zusammen war, aber sie wusste auch, dass man sich gegen die Liebe nicht wehren kann. Und insgeheim hatte sie schon damals beim Klassentreffen gemerkt, wie Hermine ihn ansah. Ich wusste, dass ihr zusammenkommt. Die Brünette sah Luna an. Woher denn? Ich habe gesehen, wie du ihn angesehen hast. Du magst es zwar damals nicht zugegeben haben, aber ich habe es in deinen Augen gesehen, antwortete sie. Ginny lächelte Luna an. Ja, Luna hat halt einen intensiven Blick dafür. Das war schon damals so. Sie lächelten sich alle an und nahmen noch einen Schluck von dem alkoholfreien Sekt. Megan stellte ihr Glas ab und sah in die Runde. Wollen wir langsam los, damit Hermine ihre Aufgaben erfüllen kann? Das hatte ich ja komplett vergessen, aber du hast recht, Megan. Also, Hermine, auf geht's! Hermine lief es kalt den Rücken hinunter und sie wurde nervös. Sie wusste nicht genau, was Ginny geplant hatte, aber sie wusste, dass es peinlich werden würde. Ginny schnappte sich die Karte, die auf dem Tisch lagen. Los, Hermine! Sie standen alle ebenfalls auf und verließen das Haus. Die vier liefen einige Meter, bis sie in eine gut gefüllte Straße fanden. Hermine sah sich um und am liebsten wäre sie abgehauen, aber das hätte Ginny eh nicht zugelassen. Sie liefen noch einige Schritte, bis sich eine Partymeile fanden, wo extrem viel los war. Ginny drehte sich zu der Brünette um und grinste breit. So, Hermine, bist du bereit? Nein, antwortete sie und Ginny lachte. Da musst du jetzt durch! Sie hielt Hermine die Karte hin. Zieh eine! Hermine atmete tief durch, sah sich die Karte an und zog eine. Sie erreichte Ginny die Karte. Und? Die Aufgabe ist einfach. Hermine, finde einen Mann, der genauso groß ist wie Draco und mach ein Foto mit ihm, sagte Ginny. Hermine lief rot an und schüttelte ihren Kopf. Ich kann doch nicht einen wildfremden Kerl ansprechen und mit ihm ein Foto machen. Doch, das kannst du, gab Megan zurück. Aber, Ginny, bettelte sie und sah Luna flehend an. Das ist doch nicht schlimm. Hermine atmete durch und sah sich um. Glücklicherweise konnte sie auf den ersten Blick keinen Mann erkennen, der ansatzweise Dracos Größe hatte. Sie liefen ein paar Meter weiter, bis ein großer, dunkelhaariger Mann aus einer Bar kam. Ginny sah ihn gleich und zeigte Hermine ihn. Wie wäre es mit ihm? Die Brünette sah ihn an und er hatte wirklich die Größe von Draco. Sie sah Ginny und ihre anderen Freundinnen an. Okay, ich mache es. Hermine ging auf ihn zu und war höllisch nervös. Es war nicht ihre Art, einen Mann einfach so anzusprechen, aber was sein musste, musste eben sein. Entschuldigung? Der große, dunkelhaarige Mann drehte sich um und lächelte sie an. Kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich habe eine Aufgabe bekommen, einen Mann zu finden, der genauso groß ist wie mein zukünftiger Mann, erklärte sie, und der Mann sah auf ihre Schärpe. Ihr umgesellten Abschied? Die Brünette nickte verlegen. Wir müssen ein Foto zusammen machen, wenn es für sie in Ordnung ist. Klar, warum nicht, sagte er und ging mit ihr zu ihren Freundinnen. Ginny stand schon mit ihrem Handy parat. Einmal lächeln, bitte! Hermine und der junge Mann lächelten. Die Rothaariger machte schnell das Foto. So, Aufgabe erledigt! Hermine drehte sich zu dem Mann um. Vielen Dank! Nicht zu danken und viel Glück, sagte er und ging. Sie atmete aus und war erleichtert, dass sie es hinter sich hatte. Bei Draco Nachdem Draco, Harry und Blaze ein Glas Elfenwein nahmen, kellte Blaze ein Glas ab. Wollen wir los? Was hast du vor? Huckte Draco nach, hakte Draco nach. Blaze lächelte breit. Lass dich überraschen! Draco hasste es, sich überraschen zu lassen und vor allem bei Blaze. Er war schon damals für viele Überraschungen gut. Blaze holte seinen Zauberstab heraus und richtete diesen auf Draco. Obscuro! Blaze! Fluchte er und Blaze lachte. Haha, da musst du jetzt durch! Blaze, ich warne dich! Mach die Augenbinde weg! Fodderte er ihn auf. Nein! Gab er zurück. Potter! Boah, griff der Blonde und Harry sah Blaze an. Was hast du vor? Du weißt, wie schnell es sauer werden kann. Das ist eine Überraschung, antwortete er und nahm Dracos Arm. Wir gehen jetzt los. Sie verließen das Haus und vor der Tür stand bereits ein Taxi parat. Blaze setzte den Blonden in das Auto und er und Harry taten dies auch. Blaze steckte den Taxifahrer an den Zettel zu, das ja keiner mitbekam, wohin es ging. Das Taxi fuhr los und für Draco fühlte es sich an wie eine Ewigkeit. Er hasste es, wenn er nichts sah. Er fühlte sich dann so verletzlich und unbeholfen. Er versuchte Blaze neben sich zu ertasten, aber da Blaze vorne beim Fahrer saß, hatte er noch einmal Glück gehabt. Blaze, verdammte Scheiße, nimm mir die verfluchte Augenbinde ab! Du hast es ja gleich geschafft, antwortete er. Draco knurrte, was bei Blaze auf unbeeindruckt blieb, da er ihn ja am besten kannte. Nach weiteren zehn Minuten hielt das Taxi an und Blaze reichte dem Fahrer etwas Geld. Er stieg aus und Draco versuchte alleine aus dem Auto zu kommen, was ihm so halb gelang. Harry half ihm, als er bemerkte, dass sie vor einer Bar standen. Blaze, wo sind wir? Das werdet ihr gleich sehen, gab er zurück und schrappte sich Dracos Arm und führte ihn in die Bar. Harry folgte ihm und erkannte, was dies für eine Bar war. Blaze, ist das eine... Psst, Potter, meinte er und führte Draco an einen Tisch, wo er sich setzen konnte. Er saß sich kurz um und zückte vorsichtig seinen Zauberstab. Finite. Die Augenbinde verschwand und Draco musste sich erst einmal an das helle Licht gewöhnen. Er rieb sich kurz die Augen und sah sich um. Mit weit geöffneten Augen sah Blaze an. Bist du völlig verrückt geworden? Was denn? Es ist doch schön hier, antwortete er. Du hast mich in eine verdammte Table Dance Bar gebracht, fauchte er. Und? Wo ist dein Problem? Hakte er nach. Wo mein Problem ist? Du weißt, dass mich so etwas kalt lässt und außerdem habe ich Hermine versprochen, so etwas nicht zu machen. Sie stehre zurück. Ach, Draco, die tanzen doch nur und er weiß, was Hermine und die anderen machen. Jetzt entspann dich mal, gab er zurück. Ich werde mich jetzt nicht entspannen, Blaze, pumpte er ihn an. Es ging echt zu weit, Blaze. Du hättest mir wenigstens Bescheid sagen können, warf Harry dazwischen. Du hättest doch Draco Bescheid gesagt und dann wäre es keine Überraschung mehr gewesen, antwortete er und hob seine Hand, um eine Bestellung aufnehmen zu lassen. Eine schwarzhaarige junge Frau in einem weißen Neckholder-Mini-Kleid kam auf die drei zu. Was kann ich für euch tun? Wir würden gerne etwas zu trinken bestellen. Was habt ihr? fragte Blaze in die Runde. Ich nehme ein Bier, sagte Harry etwas genervt. Ich nehme das Gleiche, meinte Blaze. Die junge Frau notierte es sich und sah Draco an. Und was kann ich dir bringen, Hübscher? Draco sah sie an und sah seinen Blick wieder. Cola. Draco, komm schon, schieß Blaze ihn an und sah zu der Dame. Er nimmt auch ein Bier. Nein, Blaze, ich nehme eine Cola. Ich habe keine Lust mit dir zu diskutieren, fauchte er. Die Stimmung war echt nicht gut und Draco war genervt. Am liebsten hätte er Blaze verflucht. Bei Hermine Die vier liefen die Straße entlang, bis es wieder an der Zeit war für eine neue Aufgabe. Diesmal hielt Luna Hermine die Karte hin. Zieh eine. Hermine atmete aus, zog erneut eine Karte und gab sie Luna. Diese lächelte. Frage zehn Passanten nach einem guten Grund zu heiraten. Zum Glück war es wieder eine Aufgabe, die machbar war. Hermine suchte sich die Personen heraus. Sie lief auf eine etwas ältere Dame zu. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie kurz etwas fragen? Die Dame drehte sich zu Hermine um. Ja, um was geht das? Können Sie mir einen Grund sagen, warum man heiraten sollte? Heiraten ist ein Liebesbeweis. Ich bin mit meinem Mann bereits fünfzig Jahre verheiratet, antwortete sie. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und vielen Dank für Ihre Antwort. Er gab sie zurück. Als nächstes fand sie einen Mann, den sie dieselbe Frage stellte. Dieser lächelte einfach. Finanzielle Vorteile. Hermine sah ihm skeptisch an. Mit so einer Antwort hatte sie jetzt nicht gerechnet. Nur deswegen? Ja, warum sollte man sonst heiraten? Fragte er nach. Doch Hermine ging nicht weiter darauf ein. Vielen Dank für die Antwort. Sie suchte nach noch acht weiteren Personen, bei denen die Antworten unterschiedlich ausfielen. Die einen sagten, dass man dann eine richtige Familie sei, die anderen wieder, dass eine Tradition sei, und ein paar sagten das gleiche wie der Mann davor. Es gab nur eine Person, die sagte, dass sie sich mit ihrem Partner stärker befunden fühlte und ihn aus voller Überzeugung geheiratet hat. Hermine war überrascht, dass es so viele verschiedene Meinungen über das Thema gab, und eine sagte sogar, dass es sich nicht lohnt zu heiraten, da man eh irgendwann verarscht und verlassen wird. Die Brünette hatte die Aufgabe gemeistert, und dieses Mal hielt Megan ihr die Karte hin. Sie zog erneut und reichte ihr die Karte. So, Hermine, die nächste Aufgabe wird etwas peinlich. Such dir einen beliebigen Passanten aus und frage ihn oder sie nach dem peinlichsten Sexerlebnis, was er oder sie hatte. Was? schüttelte sie ihren Kopf. Nein, das mache ich nicht. Komm schon, das ist doch nichts Schlimmes, meinte Megan. Würdest du das machen? trage sie nach und Megan nickte. Klar, aber es ist deine Aufgabe. Hermine sah verlegen in die Runde und sah sich auf der Straße um. Ihr Ziel war eine jüngere Frau, die eventuell noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ihr Blick fiel auf eine blonde Frau, die vielleicht Anfang oder Mitte 20 war. Hallo, kann ich sie etwas fragen? Ähm, ja, antwortete sie. Okay, ich habe eine Aufgabe bekommen, jemanden zu fragen, was dein peinlichstes Sexerlebnis war. Ja, hättest du eines? fragte sie. Sie lächelte. Ja, aber nur leicht peinlich. Ich hatte, als ich ca. 19 war, meinen ersten Freund. Ich wohnte zu diesem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern und wir waren auf meinem Zimmer und entschieden, nun Sex zu haben. Mein Vater wollte mir das Telefon bringen, weil ich einen Anruf bekommen hatte und betrat, ohne anzuklopfen, mein Zimmer. Ich saß auf dem Zeitpunkt auf meinem Partner und hatte mich so erschrocken, dass ich von ihm heruntergesprungen war und ich in sein bestes Stück getreten habe. Jeannie und Megan fingen laut Hals an zu lachen. Diese Geschichte war einfach zu lustig. Hermine bedankte sich bei der jungen Frau und verabschiedete sich von ihr. Die restlichen Aufgaben meisterten sie mit Bravour. Sie hatten den ganzen Abend in der Stadt verbracht und es war schon spät. Als sie die Straße entlang gingen, schrieb Harry Jeannie eine Nachricht, ob sie dann zu Hause sein wird. Die Rothaariker antwortete ihm, dass sie auch noch unterwegs seien. Sie liefen genau an der Bar vorbei, an der Harry mit Draco und Blaze war. Die Rothaariker antwortete ihm, dass sie auch noch unterwegs sind.